Seit etwa einem Jahr kämpfen wir dafür, dass Facebook rechtswidrige Inhalte aus dem Netz löscht. Wir bekommen dabei immer wieder den freundlichen Hinweis, dass in Deutschland doch die Meinungsfreiheit gelte und dass weder Facebook, noch Minister Maas, noch wir darüber entscheiden sollen, was gelöscht werden soll. Es soll doch schließlich keine Zensur geben. Der Hinweis ist berechtigt, obwohl er häufig von völkischen Bedenkenträgern kommt, die sich eigentlich ein komplett rechtsfreies Internet wünschen. Wir dürfen Facebook nicht zum Sachwalter von erlaubten und verbotenen Inhalten machen. Das Beispiel von dem gelöschten Napal-Mädchen zeigt, dass Facebook hierzu auch gar nicht in der Lage ist und nicht bereit ist, diese Verantwortung zu tragen. Soll sich Facebook deshalb raushalten und erst auf gerichtliche Beschlüsse warten, die es eigentlich gar nicht gibt, während Mordaufrufe weiterhin online stehen? Nein, Facebook muss in erster Instanz selbst die Beschwerden verbescheiden, prüfen, aber es darf dabei nicht bleiben. Es braucht eine weitere Instanz, sowohl für den Beschwerdeführer als auch für denjenigen, dessen Inhalte gelöscht werden sollen. Am Ende muss eine gerichtlich überprüfbare, transparente Entscheidung stehen, mit der sich Facebook für seine Prüfungsrichtlinien und seine Prüfungsinhalte rechtsstaatlich verantworten muss. Streitige Inhalte sollten zunächst nur gesperrt und dann nach einer endgültigen Entscheidung gelöscht werden. Facebook darf nicht das letzte Wort haben, sollte aber bei der Vielzahl der Fälle zunächst alleine arbeiten. Am Ende muss eine transparente Entscheidung stehen, nur so kann die Meinungsfreiheit, aber auch der öffentliche Frieden gewahrt werden.